Ganz herzlich willkommen zum vierten Teil zu Pentiment. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Wir sind ja aus dem Spiel ausgeschieden nach dem ersten Tag und einem sehr denkwürdigen Abendessen. Wir sind im Angesicht des letzten Mal des Herrn im Refektorium der Abtei, in dem Lorenz von Oldvogel keine Gelegenheit ausgelassen hat, seine GastgeberInnen zu riskieren. Und wir sind jetzt auf dem Weg im zweiten Tag und tatsächlich machen wir uns jetzt auf, um den zweiten Tag in Folge an unserem Manuskript zu arbeiten. Und es hat über die Nacht sehr gestürmt. Ursula, ah, das ist alles gut, Ursula. Guten Morgen, soll ich euch mit Ursula helfen? Oh, das wäre nett. Nein, ein paar Tränen schaden nicht. Außerdem haben wir jetzt fast alle undichte Stellen repariert. Ursula ist mein erstes Kind, sie ist recht anstrengend, aber ich glaube, ich habe jetzt alles im Griff. Jörg war ein Geschenk des Himmels. Er hat bestätig mit Eva geholfen, als sie ein Baby war. Ich muss mal ganz kurz die Spielerformen ein bisschen leise machen. So, weil sie ein Baby war. Ich wusste nicht, dass ihr Familie habt, Andreas. Ich habe zwei ältere Brüder, beide verheiratet. Sie haben mich zum Enkel vieler Nichten und Neffen gemacht. Danke für das Angebot. Ihr werdet eure zukünftige sehr glücklich machen, Andreas. Aber wann lässt der Sturm nur nach? Er hält schon den ganzen Morgen an. Peter und Jörg sind draußen und versuchen irgendwie der Flut näher zu werden. Oh je, ist der Hof in Gefahr. So viel Regen ist immer gefährlich, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Es geschieht, wie Gottes Wille. Wir müssen an die Vorsehung glauben und ertragen, was auch kommen mag. Oh, ich habe etwas zu essen für euch. Das ist ja fatalistisch, aber das ist für die Zeit nicht ungewöhnlich. Eher die Regel, dann die Ausnahme. Hier, verzeiht, dass ich nicht mehr vorbereitet habe. Danke, ich soll euch übrigens von Otto grüßen. Oh, hat er das? Haha. Gut, vielen Dank. Einen schönen Tag in der Abtei, Andreas. Werdet nicht allzu nass. Danke, gleichfalls. Viel Glück. Werdes sehen, Ursula. Ah, da kommt sie. Oh. Da gehen wir doch mal rein. Andreas. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass die Maul kaputt ist. War das die Flut? Jawohl, muss in der Nacht gebrochen sein. Einige unserer Schafe sind getürmt, die müssen wir später noch suchen. So ist es halt immer. Regen fällt auf die Abtei und strömt dann zu uns kleinen Leuten herab. Nun, daran ist aber jetzt nicht die Abtei schuld. So funktioniert Regen eben. Es gibt einen Grund, warum wir hier unten sind und die da oben, Andreas. Naja, ich muss zurück an die Arbeit. Man sieht sich später. Stürme schon morgen. Ich gehe noch mal ins Gartenhaus zu Ursula. Wo ist Ursula? Ja, da ist Ursula. Andreas. Ja, gut. Da hatte ich jetzt gedacht, komm, vielleicht noch was klein ist. Hallo, Andreas. Hallo, Klau. Ich hoffe, ich habe etwas für euch. Stimmt ja. Stimmt. Das hätte ich fast vergessen. Gut, dass ich noch mal reingegangen bin. Gegen Ursula. Wo? Das sollte ausreichen für meine Miete und die offenen Steuern für die Abtei. Andreas, das ist weit mehr als eure Miete. Das können wir nicht annehmen. Ja, das ist nett. Bitte, Clara. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Ihr und Peter seid so liebenswürdige Fassgeber. Aber Andreas, woher habt ihr überhaupt so viel Geld? Seid ihr sicher, dass ihr selbst genug übrig habt? Macht euch keine Sorgen um mich. Klar, ich komme schon klar. Na gut, wenn ihr sicher seid. Vielen Dank, Andreas. Wir ahnen nicht, was das für uns bedeutet. Es ist wahrscheinlich besser, wenn ihr nicht darüber sprecht. Ihr seid ein guter Mann, Andreas. Vielen Dank. Ich überlasse euch jetzt eurem Tag weit. Gott segne euch. Bis später. Gut. Eva, nun? Hallo, Andreas. Gut, das sagt jetzt weiter. Gut, dass wir noch mal reingegangen sind. Ja, wir haben jetzt faktisch die Aufgaben beglichen. Ich schreibe mal ganz kurz ins Tagebuch. Das haben wir faktisch beide Aufgaben gelöst. Sehr gut. Und dann gehen wir doch mal in Richtung Abteilung. Gut, mit Endreskult. Jetzt kann ich nicht reden. Da müssen wir jetzt lang, weil es geregnet hat. Mh, 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 mh. Bäckerei Alba. Da waren wir doch nicht. Wo höre ich? Gott segne euch, Andreas. Hallo, Servus Krak. Was haben wir da? Anna. Hallo. Und das ist Kret. Andreas, welch freut euch zu sehen. Ihr seht gut aus, wie immer. Wollt ihr mehr von meinem Rocken? Werte Kret, ihr wisst, dass ich nicht fernbleiben kann. Von eurem Rocken. Andreas? Ich kam vorbei und wollte Hallo sagen. Und jetzt muss ich mich verabschieden. Ihr seid ein guter Mensch. Und hier steht es willkommen, Andreas. Und immer willkommen bei meinem Rocken. Bleibt gesund. Bis später, Kret. Ein kleiner Tunichtgut ist Andreas schon. Und Ulrich sieht sehr zäufig aus. Er redet hier mit Agnes. Steinhauer. Gott, zum Gruß, Andreas. Da haben wir es aber mit einem hübschen Feuerstutz zu tun. Hoffentlich lässt er bei Sturm zu tun. Hoffentlich lässt er bald nach. Guten Morgen. Ich bin sicher, dass er bald nachlassen wird. Es geschieht alles wie Gottes Willen. Ulrich, ich habe krebtes Geld für das Schwarzbrot letzte Woche gegeben. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Kein Problem. Richter Limmerhardt schöne Grüße aus. Jan, ich gehe jetzt erst heim und dann zu den Pfeifers. Guten Morgen, Agnes. Was ist denn bei den Pfeifers? In etwa einem Monat müsste Helena ihr Kind bekommen. Ihre letzte Geburt war heftig. Er hat es nicht geschafft, möge Gott seiner Seele gnädig sein. Ich will nur sicherstellen, dass ihre Chancen so gut wie möglich stehen. Es liegt in Gottes Hand. Vertrauen, Vertrauen auf die Vorsorge. Selbstverständlich, Ulrich. Aber ich tue alles, um zu helfen. Warum sollte der Herr die ganze Arbeit allein tun? Ich muss jetzt gehen. Guten Tag zusammen, Andreas. Haltet euch vom Regenpaar. Sagt Helena, dass ich für eure Gesundheit geben werde. Das wird zu schätzen, Andreas. Vielen Dank. Auf bald. Auf bald, Agnes. Okay, das war Agnes Steinhauern. Der Mordstattraum jetzt auch noch nicht. So, was zu sehen. Noch mehrere. Ob die wohl alle aus alten römischen Köln stammen. Das ist das Haus der Stolzens. Och, wie klar ist. Und das ist wieder Wundkrie, oder? Also, das hier hat Glück, dass hier so viel Wundkrie natürlich wächst. Ja, da wüsste ich nicht haben. Ich denke, das wird noch relevant werden für uns mit dem Wundkrie. Aber wo ist denn das Haus der Freifuss? Schmied, Endres. Ich bin nicht mehr überfragt worden. Aber vielleicht schauen wir mal nach Helena. Ähm... Hello... Ach, ich muss noch mal ein Stück. Amale... Das ist das Wort wie... Ähm... Inkluise. Ähm... Wie ist es... hier... 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 Die Gitter fehlt mir auch noch. Na gut, ok. Das wird sich vielleicht nicht helfen. Jetzt stecken wir zurück. So, wieder aus weiter. Das ist stein neues Haus. Hier haben wir Diener und Agnes. Aber da gibt es gerade nichts. Kein Klavente. Natürlich streitig. Ganz ein Streichler. Ganz ein Streichler. Ganz ein Streichler. Ganz ein Streichler. So. Schauen wir mal. Das Kirche und Druck aus. Genau. Andreas Drucker kann ich nicht. Klaus Drucker kann ich nicht. Bis zum Glück heute. Und zwar die Kämpferin. Die Kämpferin ist die Eiferskämpferin. Die Eiferskämpferin. Vater, ich habe das schon einmal gesagt. Aber es ist nicht gut, dass das Wasser hier so schnell abbläst. Es wirkt sich auf das Fundament aus. Es muss überprüft werden. Ich verstehe. Aber wenn ihr hier grabt, könntet ihr die Toten stören, die im Hof verwiesen. Natürlich, Vater. Aber sie werden ohnehin wieder ausgegraben. Ja, ja. Aber warum sie ohne die stören? Es ist eure Kirche, Vater. Aber ihr könnt das nicht ewig aufschieben. Das Fundament wird reißen. Ich verstehe. Vielleicht, nachdem einige Knochen in die Beinhäuser gebracht wurden. Vielen Dank, Lenhard. Hm. Ah, guten Tag, Meister Mahler. Guten Tag, Vater Thomas. Alles in Ordnung mit der Kirche. Oh ja, Lenhard. Erinnert mich wieder an die Gefahr, die starke Regenfälle für das Fundament darstellen können. Gott kümmert sich um seine Herde, aber manchmal erfordert der Pferch eine irdische Hand. Na, alles wird gut. Gott sei mit euch, Andreas. Gott, nur mit euch, Vater Thomas. Bis später. Der starke Regen greift das Fundament an. Das ist schon ungewöhnlich. Ich geh mal weg rein. Ich geh mal weg rein. Ich hoffe ja immer noch, dass ich Gerhard Brude heiße Atyad finde. Schmeim bei der Liegenstadt hier. Niemand da. Vielleicht. Wer ist denn das? Alter Otto. Ich habe ihn noch gar nicht gehalten. Schöne euch zu sehen, Andreas. So, was ist denn das? Der alte Otto. Ich bin jetzt nur dabei. Der alte Otto zum Mann. Zum Mann fährt er vom Hotel ab. Vor einigen Jahren ein Schlag auf Beine auf, in seinem Sohn und im Großteil das Geschäft zu erinnern hat. Und neben der Allmänner. Also im Zimmermannshaus. Mhm. Da ist es. Darf ich mir nicht? Da hinten. Da unten. Da, wo sich Liebenhard und Loren zu gestatten haben. Mal sehen, ob das noch richtig schön ist. Okay. Schließen. Na schön. Jetzt haben wir die Figuren alle. Ich glaube das kann sich lohnen, hier ab und zu mal, während man auf dem Weg zur Arbeit ist, hier alles in Ruhe abzukreisen, einfach um zu schauen, ob irgendwo sich etwas tut, besonders wenn wir da schreien werden, das hört mich halt, und Adam ist zuhause, der Köhler, da gibt es ja auch, was das ist, das war richtig, als wir mal das dreckig, und da kommen wir raus, Tim, hallo Meister Morner, ok, das sagt nichts weiter, was ist das, das haben wir nicht angeschaut, glaube ich, Schneeglöckchen, und da haben wir das jetzt, dadurch, dass es Martin, ist der der Mann von, das gucken wir mal nochmal nach, ob der, hallo Martin, ah, Herr Andreas, äh, passt auf euch auf, ja, achtschi, da sieht man die, wieder die, besondere Typ Kaffee, wenn er, wenn er, wenn er spuckt oder miest, vor, vor gut, eine feuchte Aussprache, sozusagen, ok, so, jetzt bleibt er weiter, ja, ich sollte zum Skrupolum gehen, gerne tödelt mich, wenn ich wieder zu spät komme, ich komme ja nicht zu spät, das ist das Schöne, also das Problem ist jetzt, hinten sieht man ein bisschen, ich gehe mal hier rüber, also das Wasser, was hier oben von der Abteil herunterfließt, ist hier in das Aquädukt, und von hier aus gebündelt, nicht über das Aquädukt weiter, sondern direkt in den Ort, und das löst die Überschwemmung aus, das heißt, wir müssen hier mit Linhard irgendwann mal das Aquädukt reparieren, dass sie da noch nicht drauf gekommen sind, naja, ich sei es dran, mich laus, Gott mit euch, Andreas, bereitet ihr noch einmal eure Abreise vor, trotz dieses Wetters, das Wetter ist bedauerlich, aber die Baronin Frau Salomea, das ist eigentlich eine Hübsche, wird heute eintreffen, mein Herr plant abzuweisen, sobald sie ankommt, wie lange sind sie schon verheiratet? Sieben Jahre, nun, eine wunderbare Frau ist das, ich hoffte, mich noch rechtzeitig vom Baron verabschieden zu können, gewiss würde er das wertschätzen, bevor er zu Bett ging, sang er euer Loblied, er war erfreut, dass ihr euch der Debatte beim Abendessen gestellt habt, obwohl der Abendess euch ganz sicher verüben wird, nun, Luthers Arbeit ist ein Disput wert, was auch immer der abdenkt, Mein Herr stimmt da auf jeden Fall zu, nur hat er wenige gefunden, die in Tirol oder Bayern diese Meinung teilen. Okay, haben wir noch mal Glück gehabt? Ähm, also, könnte man sagen, dass ich die Gunst des Barons erlangt habe? Ja, mein Herr hat mich gebeten, euch in seiner Abwesenheit ein Zeichen seiner Freundschaft zu geben. Er sagt, es sei nur eine Kleinigkeit, gemessen an zukünftigen Aufträgen, aber er hofft, dass ihr sie mit Stolz tragen werdet. Was für eine außergewöhnliche Anstecknadel, bitte dank dem Baron in meinem Namen. Ich werde sie sofort tragen, danke vielmals. Natürlich, wie ihr wünscht. Wo ging euer Herr denn hin? Er ging frühmorgens spazieren und sagte mir nicht, wann er zurück zur Arten wäre. Angesichts des Wörteres erscheint es eigenartig, nicht eigenartig für ihn. Mein Herr genießt das Lustwandeln in jedem Wetter. Ein wenig Regen hat ihn nie gestohrt. Ich kann das nachfühlen. Wir Schwaben genießen auch bei solchen Bedingungen einen schönen Spaziergang in der Natur. Nun entschuldigt, dass ich euch so viel Zeit gestohlen habe. Na, der Baron scheint in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnlicher Mann zu sein. Oh, das mag sein. Ich habe ihn nur als meinen Herrn kennengelernt in diesen letzten sieben Jahren. Wo es mir gerade einfällt, habt ihr heute morgen auf dem Weg hierher einen kleinen, mürrisch streinblickenden jungen Mann mit Hut gesehen? Ich hoffe doch, er meint mich nicht. Ha, nein. Er war mindestens zwei Jahren kleiner als er. Pfeife ich ihn? Ach, das kann nur Martin Bauer sein. Er handelte auf der Wiese an mir vorbei, als ich gerade in den Diener aufstieg. Schien es eilig zu haben. Ah, das erklärt ihm wohl die fehlenden Ringe meines Herrn. Sturmwanzel. Ich wollte die Sache des Barons packen und sie fehlten. Warum glaubt ihr, dass Martin die Ringe gestohlen hat? Gestern wusste ich den Jungen mit dem Hut, Martin schätze ich, wie er durch das Fenster hinein starrte. Ich hätte ihn da schon mahnen können, doch nun erschien harmlos. Ein Jammer. Ich hoffe, den Baron trifft der Verlust nicht zu schwer. Mein Herr verfügt über ein gewisses Vermögen. Die grünen Ringe werden ihm keinen die schlaflosen Nächte bereiten. Aber über das Buch wird er sich aufregen. Er wollte unbedingt, dass der Abt es sieht. Aber ich muss nun wirklich die Pferde satt und drehen. Es war schön, mit euch zu sprechen, Andreas. Natürlich. Und ich hoffe, um euret Wärmung der Regen hört auch bald auf. So Gott will, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das Buch. Meint er die Tassingsche Klonik? Mhm. 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 So. Dann stopp ich mir mal Moritz noch in Besuch ab. Ich komm nicht von diesen Moritz Gaius Metellus los. Ja, vielleicht noch was zu der Kirche. Ähm. Mir ist gestern so bei dem Blick auf die Glasfenster, ähm, äh, rauch, oder in der letzten Folge, glaube ich, rausgerutscht, dass es spätkultische Fenster sind. Ähm, 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 spätkultische Baustimmen. das scheint nicht zu stimmen Gründe dafür sind erstens die kleinen Fenster in der Frontseite das zum einen und zum zweiten dass wir keine ausgebauten Stützarchitekturen haben also keine Seitenstreben, die den Brug des Kirchendaches faktisch ablenken und so große Fensterfronten möglich machen. Wir haben Großglasfenster in der Kirche, was mich ein bisschen wundert, aber es ist eigentlich gegen den romanischen, also gegen den gotischen Stil also gegen, also weil es eher gegen den gotischen Stil spricht aber wir haben ein gotisches Gewölbe aber keine spätgotische Kirche, das ist eine gotische die möglicherweise ein romanisches, ein romanisches Fundament hat, wie auch das Dach so ein bisschen andeutet aber so heißt Anja, wollen wir nochmal probieren, ob wir in die Politik gehen weil ich will schon diese das himische Chronik, um die es geht probieren das mal irgendwann muss ich ja da mal reinkommen also offensichtlich jetzt noch nicht das werde ich aber jetzt immer wieder probieren da das Spiel hier auf den ganzen Screens die es präsentiert immer wieder andere Figuren Konstellationen zeigt, die man so in der Form noch nicht gesehen hat oder kennt und meine Sorge bei solchen Spielen ist immer dass man etwas verpasst, also dass man irgendeinen wichtigen Hinweis verpasst nicht mal alle kommt so ich hab das ach was ist das? das hab ich nicht gesehen Bruder Gerhard ist schon einige Zeit tot vor dem sein Grab gestohlt worden ... das hat uns noch nichts zu decken ... ... ... ... ... ... ... ... Warum schalte ich mir das noch mal an? Ich glaube, da wird viel Zeit in diesem Spiel drauf geben. Wir haben noch mal einen Blick auf die Scheibe. Vielleicht sagt er jetzt mehr. Ah! Ich weiß noch immer nicht, wie man die Element-Symbole auf der Rolle mit den astrologischen Symbolen der Botschaft in Verbindung bringt. Das ist die Notiz aus dem Buch des Ferrens bearbeitet. Solange ich die Verbindung nicht herstellen kann, kann ich auch die Botschaft aus Ferrens Buch nicht entschlüsseln. Ich habe den Geheingang in der Krypta gefunden. Es muss in der Bibliothek ein Buch geben, mit dem ich der Sache auf den Grund gehen kann. Schwester Aluminata ist die meiste Zeit dort. Vielleicht könnte ich nachts hinein schleichen. Und wenn alles andere schadet, könnte ich Werner Stolzfragen erlebt bei der nördlichen Almende. Warum sollte ich Werner Stolzfragen? Ich habe das Gefühl, dass er mich nicht sonderlich mag. Aber ich werde einen Weg finden, die Informationen aus Ihnen heraus zu holen. Was hat Stolz damit zu tun? Oh, das ist wunderbar. Der Rest des Klosters ist durchs Nest. Aber hier drinnen gibt es keinen Tropfen Regen. Ich habe langsam so ein Gefühl dafür, warum die nicht fertig werden mit ihren Arbeiten. Die reden die ganze Zeit. Die laubern die ganze Zeit. Die schwätzen. Und das sollten sie eigentlich nicht holen. Also es ist keine... Ja, deswegen kommt er nicht vorwärts. Gut, dass der Abt Otto das Dach des Skriptoriums in der Bibliothek aus dem letzten Monat ersetzen lassen. Den hat man noch nicht Abt Otto... Ach, kein Spaß. Ach nee! Nicht, dass der Abt Otto, sondern dass der Abt Otto das Dach des Skriptoriums in der Bibliothek aus dem letzten Monat ersetzen lassen hat. Dank des Skriptoriums nebenan bleiben wir warm und trocken, während alle anderen in der Kälte sitzen. Statt euch an unserem Glück zu ergötzen, solltet ihr an unsere Brüder und Schwestern denken und für deren Sicherheit bieten. Die Voraussicht des Abtes rettet so viel unsere Arbeit und der Bibliothek. Der Stadt erging es weniger gut. Sicher geht es ihm gut. Und noch wichtiger, falls dem nicht zu sein sollte, kümmert es mich nicht. Bruder Guy, mit Herzen wie euren könnte man den Huf pflastern. Eine sehr schöne Mönchung. Brauche ich für die Vorlesung kognitiv in der Bibliothek. Nun, den krummeligen alten Mönch haben wir, aber wo ist der angenehme? Bruder Piero, habt ihr ihn heute noch nicht gesehen? Das habe ich, bevor Bruder Guy kam. Bruder Piero ging vor kurzem um mit ihm abzusprechen. Hm? Warum läutet Matthäus schon die Glocke? Es kann doch doch nicht schon die Platz sein. Ich bete, dass es bald aufhört. Solche eine Kakophonie ist ein Affront gegen meine armen Ohren. Er hört nicht auf, dann werden wir wohl in den Kapitelsaal gerufen. Gott, gib mir die Stärke, diesen Mann zu trotzen. 50 Fuß, alter Mann, ihr werdet es überstehen. Gott, gib mir die Stärke, diesen Mann zu trotzen. Die reden wirklich die ganze Zeit. Ja, wie zwei älteren Schreiber. Ach so, Achtung, Vorsicht. Sprechwort mit HV. Das hört doch immer nicht auf. Was geht da vor? Das kann doch nicht am Sturm liegen. Ich sollte schauen, was los ist. Ich sollte vor allen Dingen, glaube ich, in die Bibliothek gehen. Wenn jetzt alle in den Kapitelsaal gerufen werden. Die Frage ist, komme ich denn... Ja, das ist das Kalifaktorium, ja. Mit dem Feuer. Komme ich denn in die Bibliothek? Das probieren wir mal aus. Das klang wie ein Schrei aus dem Kreuzgang. Da gehen wir doch mal nicht in den Kreuzgang. Jetzt mal in die Kirche. In der Kirche. Oh, das schleichen wir jetzt in die Bibliothek. Also, jetzt ist vermutlich das passiert, was man erwarten kann. Nämlich das ein... Mann! Das wäre so eine gute Gelegenheit. Andreas. Alle rennen in den Kapitelsaal. Warum nicht in die Bibliothek gehen? Luzifix. Na gut. Dann beugen wir uns mal dem... dem Skript. So. Das kommt aus dem Gang. Vielleicht aus dem Kapitelsaal. Ich glaube, diese Schreie... Ich denke, es ist etwas Schreckliches passiert, Meister Andreas. Ja, das denke ich auch. Na dann. Mögen die Spiele beginnen. Ich sag mal nichts. Das ist Piero. Bitte Vater, wo ist Bruder Florian? Ruft ihn schnell herbei. Nein. Schweig still Bruder. Bruder Florian, wenn ich bitten darf. Der Söldnerarzt. Und Piero hat das Messer an der Hand. Ich bin der Aufforderung. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Erstehund. Piero hat das Messer an der Hand. Marguerite schreit, Schwester Marguerite beruhige dich, eine Marguerite kann ich sehen, aber die konnte uns beide riechen, die konnte Piero und mich riechen an den Farben die wir fahren. Möglicherweise ist die Fähigkeit für das Lösen dieses Mordfalls, um den es jetzt gerade zu gehen scheint, nicht so unwichtig. Sonst hätte man die nicht so unständlich eingeführt. Schwester Gertrude, bitte geleide Schwester Marguerite zurück im Garten. Ja, Mord ist jetzt hier. Mit der werde ich dann auch noch mal reden. Das war Matthieu, der hat gelandet? Gott steht uns bei, der Baron war ein Freund des Fürstbischofs von Freising. Warum macht er sich sowieso nur einen Fürstbischof? Raunt Andreas vermutlich Setzia zu. Ne, Guy. Die Abtei ist in mehrerer Hinsicht ungewöhnlich. Ihre Existenz stößt manchen in der Kirche übel auf. Wir sind fern genug von Rom und Mainz, also dem Erzbistum und dem Sitz des Prapses. Genau, Erzbischof von Mainz, Kurfürsten des Heiligen Römenreichs und Primas Germaniae, des Stellvertreters des Prapses nördlich der Alpen. Dass man uns vergisst aber, das könnte eine unerwünschte Aufmerksamkeit bringen. Florian sagt, wie leicht wäre es dir möglich, diesen Leichnam verschwinden zu lassen? Ey, Gernot ist auch nicht... Irgendwie allen guten Gassen verlassen. Wie soll ich denn? Da stehen 20 Leute rum. Florian? Oder Abt? Was wollt ihr damit sagen? Was stellst du mich in Frage? Warum verschwendest du wertvolle Zeit? Da haben wir wieder die furchte Aussprache. Wollt ihr zusehen, wie die Soldaten des Fürstbischofs unsere Stiegen hinaufschreiten und eure Brüder und Schwestern aus unserer Heimstadt werfen? Gott, steh uns bei. Nein, Ave Maria. Ruhe, steh jetzt. Ruhigt euch, ihr alle. Sitz hier. Vorderab, Baron Rotvogels, Leipziger ist schon bereit zum aber ist die einzige mit Verstand hier in der Bande. Die Frau des Barons sollte in wenigen Stunden eintreffen. Dies ist nicht der Zeitpunkt für voreilige Entscheidungen. Der Abt macht überhaupt, überhaupt eine relativ eigenwillige Figur. Ja, ja, ihr habt recht, vergibt mir. Aber was sollen wir dann tun? Wir müssen den Mann des Barons zum Hof des Freisingers Fürstbischof entsenden. Muss uns jetzt hier, der Baron sagte, der Erzdiakon des Fürstbischofs sei zum Reichstag in Innsbruck. Umso besser. Unser zügiges Handeln wird alle Gerüchte um ungebührendes Handeln verstummen lassen. Angesichts des Ranges des Barons wird zweifelsohne der Erzdiakon sofort zur Ermittlung anreißen. Wir müssen vollständig mit ihm kooperieren und um eine schnelle Auflösung der Lage beten. Ja, ja, gut, danke, Mutter Sitz hier. Bruder Woislav setze Bruder Piero im Keller fest, bis der Mann des Fürstbischofs erscheint. Was? Bruder Piero? Weshalb? Das ist absurd. Er wurde in flagranti delicto, also in flagranti, also direkt bei der Tatausübung. Das Delikt ist aufgegriffen. Mal übersetzen es hier. Auf frischer Tat, genau. Aufgegriffen. Blutüberströmend mit einem Messer in der Hand. Bruder, glaubt ihr wirklich, dass Bruder Piero zu einer solchen Schandtat imstande ist? Ja, im Zorn erfüllt wäre es schon möglich. Ich zünde den Baron nicht, Vater. Ich habe ihn schlicht so gefunden. Kein Zorn. Nicht einmal dafür, wie er euer Werk beleidigt hat und uns zwang es an Andreas zu übergeben. Nochmal zur Wiederaufnahme. So, jetzt müssen wir schauen, er hat gerade das Telefon geklingelt. Jetzt müssen wir schnell gucken, wer das war. Machen wir schnell Pause. So, jetzt läuft hoffentlich die Aufnahme weiter. Kein Zorn. Nicht einmal dafür, wie er euer Werk beleidigt hat und uns zwang es an Andreas zu übergeben. Nochmal zur Wiederaufnahme. Ein Kloster ist kein Departierverein. Wenn der Mann des Fürstbischofs ankommt, dürfen wir nicht mit leeren Händen darstellen. Selbst wenn Piero den Baron töten wollte, wäre er doch gar nicht kömmlich dazu in der Lage. Die Lähmung in seiner Hand schreitet zu seinen Fingern fort. Er kann ein Messer kaum halten, geschweige denn damit jemanden ermorden. Das ist eine wichtige Information, deswegen malt er auch so langsam. Würde ich eine medizinische Meinung ersehnen, hätte ich Bruder Florian gefragt oder den Ehrenwerten Doktor Stolz. Deswegen hat der Glasfenster der Doktor Stolz. Doch das tue ich nicht und dies ist nicht deine Angelegenheit. Was mache ich? Vergib mir, Vater Gernot, ich denke nur nicht, dass Bruder Piero derartig sich da anhaken könnte. Deine Einlassung ist vermerkt. Mein Entschluss steht, Bruder Gäusler von Bruder Piero bis auf weiteres in den Keller übertrieben. Bruder Florian, bitte geleite Andreas aus der Abtei. Andreas, er zeigt euer Gesicht hier aller frühestens morgen wieder. Habt ihr mich verstanden? Ja, reizen wir ihn mal nicht noch mehr, als er sowieso schon aufgebracht ist. Andreas hört mir zu, ich fühle mit euch. Ich denke auch nicht, dass es Piero war, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, den Abt zu reizen. Wir glauben auch die Brüder und Schwestern an Piero's Unschuld, aber der Abt ist besorgt wegen der Aufmerksamkeit des Fristbischofs. Wenn ihr eine Idee habt, höre ich sie mir gerne an. Nehmt euch ein paar Stunden Zeit, um Nerven und Geist zu beruhigen. Ihr müsst klar denken. Geht zu den Druckers, esst eine gute Mahlzeit und kommt zur Nürnenzweck. Wir werden nicht viel Zeit haben, aber werft einen kleinen Stein an mein Fenster. Dann lasse ich euch ein. Ich einlassen und führe, um den Leichnam zu examinieren. Gut. Ich sollte Florians Rat befolgen und zu den Druckers gehen. Offensichtlich wird dadurch mein Kopf frei. Gut, jetzt kann ich auch nicht mehr in die Abteil gehen. Aber ich kann zum Schreien gehen. Wir gucken mal, wo tatsächlich niemand ist. Und ich kann vor allen Dingen in den Konventgarten gehen. Jetzt hier hat Margarete und Gabgut sofort weggeholt. Vielleicht sind sie hier im Garten. Ne. Nicht da reingehen und das Haus. Und das habe ich noch gar nicht gesehen. Schwester Gabgut trockte und lagert hier alle ihre Kräuter. Jetzt ist es sinnvoll, ab und zu mal so nach offenen Tieren zu schauen. Ich komme in Lecorium. Da kann ich glaube ich gar nichts machen. Ne, da ist auch niemand. Aber ich kann mit Cecilia reden. Mal sehen. Cecilia. Gott segne dich, Andreas. Gott segne euch, Mutter Cecilia. Gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Ja, also das Rortbau ist passiert. Lorenz ist getötet worden. Pierre wird beschuldigt. Und es gibt ganz unterschiedliche Motive, die ja eine Rolle spielen können. Und ich muss jetzt mal ein bisschen schauen, dass ich mir die Motive so zurechtlege, dass ich rausbekomme, wer schlussendlich dahinter steckt. Cecilia hat der Motiv. Aber mal sehen, was sie weiß. Ich muss mit euch erneut über den Baron sprechen, wie ihr mit den Schwestern bei seiner Ausankunft gegangen seid. Da der Baron gerade ermordet wurde, scheint mir der Grund schon interessant. Warum vertraut ihr nicht auf das Urteil des Abtes? Darum geht es nicht. Ich will nur verstehen, was geschehen ist. Ich ebenso. Ich teile die Sorgen über die Gedanken des Abtes Bruder Piers Schuld. Aber du musst vorsichtig sein, wie du vorgehst. Der Abt wünscht, dass nichts die Untersuchung des Erzdiakons stört. Das schließt dich ein. Dann helft mir. Helfen wir bei, jemand anderes des Mordes zu bezichtigen. Das ist nicht Pierre hat den Baron ermordet. Das muss jemand anderes gewesen sein. Das ist unverfänglich. Helft mir, Gerechtigkeit zu finden. Wie sieht Gerechtigkeit aus, Andreas? Oh ne, nicht zurechtweisen. Ihr wisst, dass Gerechtigkeit nicht ist, wenn Piero für diesen Mord stirbt. Jemand wird für diesen Mord sterben, Andreas. Wenn nicht Bruder Piero, dann jemand anders. Der Tod eines mächtigen Adligen kann nicht unbestraft bleiben. Besonders nicht, wenn er unter dem Schutz des Abtes stand. So helft mir vor der Ankunft des Erzdiakons herauszufinden, wer es war. Ich bin eine einfache Nonne. Warum glaubst du, dass ich dir helfen kann? Ihr wisst, was im Klos geschieht, besser als alle anderen. Besser als der Abt. Der Abt sieht nur die Brüder. Ihr müsst über die Schwestern wachen und wissen, was mit den Brüdern geschieht. Wohl wahr. Na schön, ich hatte Grund wegen der Anwesenheit von Baron Rotvogel Bedenken zu haben. Der Baron fügte einer der Schwestern unumkehrbares Leid zu, als er zuletzt hier war. Der Schaden war so groß, dass sie uns für einige Zeit verlassen musste. Hat er sich geschwängert? Ich sag mal lieber nichts. Deshalb entzog ich die Schwestern seiner Präsenz, sobald ich konnte. Welche Schwester kann ich mit ihr sprechen? Ich... Nein, Andreas. Ich denke nicht, dass das angemessen wäre. Ich sag nichts. Es ist eine schmerzhafte Erinnerung, Andreas. Ich wertschätze das. Gut, okay. Ich verstehe, dass du dir mehr Wissen erhofft hast, aber ich fürchte mehr kann ich dir nicht guten Gewissens erzählen. Vertraut mir, wenn ich sage, dass das Opfer dieses Vorfalls den Baron nicht hätte töten können. Ich brauche mehr als das. Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über sie, über den Vorfall? Ja, wir haben in der Bibliothek Aufzeichnungen über alle Schwestern, aber das hilft euch nichts. Ihr dürft nicht hinein. Könnte ich Schwester Illuminator fragen, um sie zu sehen? Das wird sie dir nicht geben. Unsere Aufzeichnungen sind nicht dazu gedacht, dass Außenstehende sie durchstöbern. Und ich ziehe ihm Illuminator da nicht mit rein. Ich kann allein hineinschleichen, wisst ihr. Ich habe den geheimen Eingang in der Krypta gefunden. Versuche es nicht. Du wirst geschnappt werden und dann von Glück reden können, wenn dich der Abt nur bis zum Tag des jüngsten Gerichts aus dem Kloster verbannt. Ah, ihr habt wahrscheinlich recht. Gott segne euch. Mörder Satz hierher. Möge Gott dich segnen, Andreas Mörder. Das war gut. Das war ein gutes Gespräch. Ich sollte die Klappe halten. Ich sollte die Klappe halten. Das ist deutlich angekommen. Und es gab so etwas wie eine Vergewaltigung. Das heißt möglicherweise auch, also das weiß ich jetzt nicht, aber irgendeiner der Schwestern hat sich vergangen. Ich schaue jetzt nochmal hier. Niklaus ist ja jetzt weg. Schauen wir mal schnell ins Gästehaus. Oh, da ist was. Was ist das? Ein Brief an den Drohnen von Prio Ferenz. Euren Rotvogel, trotz eurer wiederholten Aufforderungen und unterschwelligen Drohungen, den Inquisitoren in Innsbruck meine Lesegewohnheiten zu offenbaren, das ist das astrologische Buch, werde ich bei eurem Besuch in Kiesau keine Rituale für euch durchführen. Bitte beendet dieses törichte Streben sofort zum Wohle unserer beider Seelen. Mein Gott Lorenz hat Ferenz erpresst, damit er eine Art akutes Ritual durchführt. Es ist eine Sache Bücher und Magie zu lesen, doch nur wenige sind türisch und auch zu praktizieren, was in ihnen geschrieben steht. Einige der Substanzen in diesen Ritualen sind gefährlich, sogar tödlich. Und Gott bewahre, dass die Inquisition davon erfährt. Gut, dann sollten wir irgendwie bei Gelegenheit mal mit dem Prio gelähmt werden. Das war eine gute... Viele kleine Hinweise. Gut, dann haben wir schon ganz verschiedene Motive. Also Tiere können wir nicht getötet haben, wenn seine Hand fast gelähmt ist. Ähm, die Schwester im Konvent, an der er sich vergangen hat, die können wir drinstecken. Der Prio können wir drinstecken und Giamut können wir drinstecken, weil es um die Tassingsche Chronik geht. Also das heißt, ähm, er hat nicht eben wenige Feinde, unser Baron. Hier läuft das Wasser immer noch durch. Das muss ich limnhardt ansehen. Okay, Till. Hallo, Meistermaler. Bevor ich jetzt, bevor ich jetzt zu den Druckers gehe und mehr oder weniger die Zeit wieder eingesteigen vorhanden habe, fahre ich mal ganz schnell auf die Uhrgefühle jetzt schon abkommen. 47 Minuten. Gut, genau, weil bis zum Mittagessen bei den Marvus, äh, bei den Druckers, gehen wir jetzt die einzelnen Stationen hier nochmal durch. Möglicherweise treffen wir daheim einen, der für uns, wie das nix, der für uns in Form interessante Informationen bereit hält. Und gehen wir nochmal schnell zur Salzbühne. Was ist das? Ja. Ah. Das ist Bert, der Professor. Das ist Anna, das ist die Bäckerstochter. Und den hier kenne ich nicht. Na, dann reden wir doch mal mit dem Freien. Paul, äh, hallo. Paul. Richtig? Du bist der Müller-Junge. Was macht ihr Kinder hier oben? Frösche. Wie bitte? Frösche. Wir sind nicht wirklich auf der Suche nach Fröschen. Warum sagt ihr mir nicht, was ihr wirklich vorhabt? Ich will keine Schwierigkeiten. Sind wir in Schwierigkeiten? Noch nicht. Oder? Ich bin nicht dein Vater. Oder dein Vater. Ich kann euch nicht sagen, was er tun sollt. Wir werfen Steine. Ja. Steine runter ins Loch? Ihr werft Steine in die alte Mine? Vielleicht. Na ja, sie fallen sehr lange. Und wenn du an der Kante liegst, hörst du sie unten Kling machen. Ich habe noch 100 Steine hineingelaufen. Zu viele waren das wirklich nicht. Es waren nicht so viele. Was denkt ihr? Ist da unten am Boden? Anna, Anna ist super. Anna, Anna hat den Bogen raus. Sehr schön. Also außer den Steinen. Salz? Papa sagt, die Toten hätten es gegessen. Er meint die Römer. Sie haben die Salzmien gebaut. Und das Aquädukt. Das Aquädukt, die Reichstraße und viele andere Dinge. Es scheint, dass in dieser Stadt überall römische Bauten sind. Erzähl ihm von daher von dem Schatz. Oh, richtig. Unten am Boden glänzt etwas. Das wollen wir mit den Steinen treffen. Was glaubt ihr, was es sein könnte? Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Der Schatz. Wir sollten ihn holen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Es ist ein langer Weg nach oben. Hier könnte verletzt werden. Und ich werde ewig leben. Papa sagt, das ist Blasphemie. Erzählst du es jemanden, Andreas? Nein, der Schatz wird unser Geheimnis bleiben. Ja. Danke, Meister Morne. Bis später. Tschüss. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Das ist ein langer Weg. Ach, vielleicht. Eine blinde Fährte. Na, schau mal. Jetzt passt mal auf, wenn es die Lanze ist, die sie da reingeht. Ein Teil der Rüstung oder sowas. Von Gaius. So, dann schauen wir schnell bei Adam. Beim Köhler. Na, der gibt es nicht viel Neus. Das ist keine andere Person. Und Kirchentag ist gut. Aber ich gehe jetzt einfach nicht zu Drucker. Sondern. Ich kann hier jetzt nicht zu der Nähe gehen. Ach so, das wird getriggert. Moment, da gab es noch einen anderen Weg zum Mühle. So leicht, so leicht, so leicht wird das jetzt nichts hier. Torte. Das habe ich vermasselt jetzt. Ich hätte jetzt faktisch hier rumgehen können zur Mühle. Aber er zwingt mich jetzt essen zu gehen. Gut, gut, gut. Auch da kann ich lange nicht... Okay, das habe ich jetzt getriggert. Da komme ich jetzt nicht mehr aus. Schade. Schade. Guten Tag, Andreas. Schon aus der Abteil zurück? Es ist doch erst Mittag. Andreas, geht es euch gut? Nein, was schreckliches ist geschehen. Oh Gott, was ist geschehen? Nein, vergibt mir. Tretet ein und setzt euch kurz nieder. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, würde ich mich kurz ausruhen wollen. Es war ein schwieriger Tag. Es war ein schwieriger Tag. Eine Ablenkung wäre ihr recht. Dann habe ich genau das Richtige. Ich habe bitte mir eure Meinung zu meinem wenigsten Entwurf. Guten Tag, Andreas. Soll ich euch einen Teller essen machen? Ich esse eure Speisen immer gern, Marie. Oh, Klaus, du musst den Andreas öfter einladen, damit ich mehr Lob zu meinen Speisen heran kann. Ja, deine Küche ist hervorragend, mein Liebes. Berthold, hallo. Ich brauche das gerade am Wald. Hallo, Berthold. Wie geht es dir? Müde. Komm mit in meine Werkstatt. Jetzt glaube ich, der hat mich damit schmeißen. Schäme. Ich werde den Till-Eugen-Spiegel neu bearbeiten. Vor einigen Jahren, da gab es eine Ausgabe aus Straßburg. Scheußlich, fast ganz ohne Abbildung. Da geht sie hin, die Sprache. Was haltet ihr von den Neuen? Ne, wir loben nicht. Die sehen wundervoll aus. Eine schöne Abbildung. Danke, ich werde das mal wissen lassen. Ah. Das sind die Holzschnitte? Sind das die Holzschnitte? Das sind sie. Die Zeichnungen stammen von mir, aber sie hat die Schnitte gesetzt. Ich habe genug Talent, um die Entwürfe zu zeichnen, aber nur sie kann die Holzschnitte um die Schrifte umsetzen. Marie Marie. Segne uns, oh Herr, um diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade aufbauen. Durch Christus unser Name. Amen. 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 Ich habe Hunger. Amen. Hey, hey. Das ist nicht eine Fräschheit. Das ist eine Fräscher-Type. Oh, schön gefällt mir. Andreas, was war das für ein Läuten aus der Abtei? Er hielt zu meiner Anna. Der Edelmann, Lorenz Rüttfugel, wurde ermordet im Kapitelsaal gefunden. Gott im Himmel, es ist doch erst gestern vorbeigeritten. Ja, aber es wird noch schlimmer. Einer der älteren Brüder, mit dem ich im Skriptorium arbeite, Piero, wurde des Verbrechens bezichtigt. Wie schrecklich. Ein Wort in Kirsau. Wie nur ist ein Mönch zu sowas fähig? Es tut mir leid, Andreas. Der Baron schien ein interessanter Mann gewesen zu sein und ich weiß, dass er schon seit einigen Jahren Gönner der Abtei war. Wie ist er gestorben? Könnte sein Unfall gewesen sein? Und kloppte ab tatsächlich, dass Bruder Piero ihn getötet hat. Du hast immer in höchsten Tönen von ihm gesprochen. Ich erspare euch lieber die Einzelheiten, aber es ist kaum anzunehmen, dass es ein natürlicher Tod war. Aber ich kann nicht glauben, dass Piero es war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemandem etwas zur Leide tut. Meinetwegen müsst ihr euch nicht zurückhalten. Ich habe Kinder geboren und auch Agnes geholfen, einige zur Welt zu bringen. Ich bin nicht empfindlich. Bertolt. Ja, Blut. Aber es ist nicht Bruder Piero. Aber wenn es nicht Bruder Piero war, wer kann es eurer Meinung nach dann getan haben? Ich habe gesehen, wie der glückliche Lindenhard und der Lorenz sich gestern angeschrieben haben, kurz bevor ich an eurem Haus vorbeigegangen bin. Lindenhard, was sollte er einen Grund haben, das Wort gegen einen Edelmann zu erheben? Okay, Lindenhard. Jetzt werden die Motive in der Stadt durchgegangen. Es geht wahrscheinlich noch etwas anderes vor sich. Ich finde, wenn ihr nichts wisst. Was soll das bedeuten? Ich schwätze nicht gern, aber wenn ihr es wirklich wissen wollt, solltet ihr mit den anderen Frauen in der Stadt sprechen. Oder mit Mutter Cecilia droben in der Abteil. Okay, das haben wir schon gemacht. Und das ist hier die Bestätigung dafür. Und das hat der Baron, freundlich gesagt, am Unterkriegen einschweren oder da ist. Ich habe bereits mit Mutter Cecilia gesprochen. Ihre Entschlossenheit, die Schwestern zu beschützen, ist unerbitterlich. Ja, das stimmt wohl. Oh, das wird nicht nötig sein, Marie. Der Lindenhard ist ein ehrlicher Kerl. Ich bin sicher, fragt ihr ihn, wird er euch sagen, worum es ging. Ich danke euch beiden, das ist ein guter Rat. Aber es gibt noch etwas. Als Lorenz und ich über die Wiese gegangen sind, ist dort die Witzweck-Cämperin aus dem Wald gekommen. Ja, sie hat ihn wohl verflucht. Das überrascht mich nicht. Otilias verstorbener Ehemann, Rannich, geriet bei seinem letzten Besuch in Tassing in einen Streit mit Lorenz. Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber seit Rannichs tut im letzten Jahr ist Otilia nicht mehr dieselbe. Meine Wurst. Sie war eine alte Meckerziege, schon bevor sie alt war. Klaus, es reicht. Sie musste in ihrem Leben schon genug Kiebsbotschaften abfragen. Und jetzt lebt sie allein im Wald, am Waldrand. Das heißt, sie werde ihren Besitz bald abgeben müssen. Ich habe Mitleid mit ihr, aber sie ist... ein verbittertes Weib. Es sollte vor dem Gesetz eine Ausnahme geben, damit sie erben kann. Das klingt gerechter. Es war nicht immer so. Ich glaube, meine Urgroßmutter erbte das Land vor langer Zeit. Nun, wenn es von Menschen geändert wurde, können sie es wieder ändern. Du hast wie immer recht, meine Liebe. Genug über Otilia gibt es sonst noch jemanden, der es da noch mal nachgetragen haben könnte. Ich weiß nicht, ob er eine böse Absicht hat, aber Prior Ferenz verhält sich seltsam seit dem Tag, als Lorenz angekommen ist. Vielleicht ein Streit oder Klärten? Ich weiß, dass beide viel lesen. Sowohl die Klassiker als auch neuere Werke. Bei seinem letzten Besuch hat er Baron ein Buch über Astronomie bei mir gekauft. Ich weiß, dass der Prior ähnliche Interessen hat. Aber wurde der Prior jemanden wegen einer einfacher Meinungsverschiedenheit beobachten? Das ist nicht völlig abwägig. Als ich die Universität besucht habe, schlugen sich einige Männer wegen wissenschaftlicher Kleinigkeiten. Das ist halt nicht mehr ganz so extrem, aber es wird schon teils auch mit harten Bandagen gefochten. Was für manche eine Meinung ist, ist für andere Testament des Glaubens wird, dass es zu töten gilt. Das mag sein, aber eine solche Wut habe ich in Prior Ferenz noch nie gesehen. Nicht einmal als Gernot an seiner Stadt zum Abnern wurde. Das ist eine interessante Information. Der Gernot ist an Ferenz vorbei zum Abnern. Wer sollte das Buch finden? Danach wirkte er verbittert, aber nie gewalttätig. Das scheint kein Teil seines Wesens zu sein. Also Linnhardt, die Witwe in der Prior der Abtei. Linnhardt, Witwe, Prior. Sonst einer jemand. Ich kenne Mutter Sazia nicht persönlich, aber ich habe noch nie gehört, wie jemand ein böses Wort über sie gesagt hat. Wenn sie den Baron erzürnt hat, dann hat sie sicher ihre Gründe dafür gehabt. Also Andreas, es klingt, als gäbe es viel zu klären. Danke für eure Sorge. Sie hat mir geholfen, zu verstehen, wie ich Piero helfen kann. Ihr seid hier stets und zu jeder Zeit willkommen, Andreas. Ja, der Brüschel wird sich besonders wollen. Das denke ich auch. Gott, mit euch, Andreas. Danke, sei artig, bis ich wieder da bin, Bertolt. Ich versuche es. Zwei Tage vorbleiben, was ist das? Ich habe mehrere Spuren, denen ich folgen muss. Aber wo soll ich anfangen? Ich könnte mit Linnhardt Steinhauer sprechen. Er arbeitet wahrscheinlich vor seinem Haus. Die Witwe-Kämperin wohnt südlich von hier, in der Nähe von Franz Bauer. Das wissen wir schon. Prior Ferens ist normalerweise ein Skleptorium. Aber ich kann erst morgen mit ihm sprechen. Dennoch hindert es mich nichts daran, mit dem unterseziierten Konvent zu sprechen. Aber wenn ich nicht an Bruder Florian und besuchender Leichen teilnehme, muss er sie ohne mich durchführen. Okay, das sind also meine Aufgaben. Für Verdächtige. Okay. Die Untersuchung des Arzt-Diakons. Ist da Einspruch aufgebrochen, um die Anwesenheit? Okay. Gut, das Steinmetz ist. Das sind die vier. Eins, zwei, drei, vier. Das sind die vier Motive. Der Fluch der Hütte. Okkulte Hände. Ich muss mit dem Stolz erstmal reden. Der Brorun und die Nonne. Okay. Dann probieren wir mal. Anders als jetzt vorgesehen, zu Stolz zu kommen. Ich will nicht mit mit den Händen. Das machen wir nachher. Das dauert jetzt für die Aufzeichnung zu lang. Ich schaue jetzt mal mal schnell nach den Stolz. Das hat die vielleicht aus. Nein. Gut. Gut, dann machen wir das mal an der Stelle so, dass ich jetzt hier reche. und in einer weiteren Sitzung mir das Ganze anschauen. Also eine sehr interessante Entwicklung ist hier in der vierten Folge dieses letzten Spendiment. Lorenz ist ermordet worden im Kapitelsaal der Abtei. Wir haben vier Verdächtige. Wir wissen ungefähr wohin die Reise geht. Es gibt relativ ungeklärt und dunkle Geheimnisse und eine zentrale Schaltstelle um das Wissen zu beschaffen. Was hier in Kirsau gespielt wird ist die Bibliothek. Darauf freue ich mich in einer fünften Folge zu diesem Let's Play und ich hoffe dass ich die Vorfreude darauf nicht alleine teile. in diesem Sinne bis zum nächsten Mal Tschau.